Ubisoft Ubi Art und eine geschichte von vier verschiedenen charakteren zusammenführt und der charakter den wir jetzt hier sehen seine große liebe wiederfindet aber lasst uns nicht so viel abschweifen und zwar beginnen wir einfach ein neues spiel dieses spiel speichert daten an bestimmten punkten automatisch schaltet das system nicht aus wenn folgendes symbol genau erster august 1914 nach der ermordung des österreichisch-ungarischen thronfolgers erzherzog franz ferdinand erklärte das deutsche reich russland den krieg aufgrund seiner bündnisverpflichtungen begann frankreich kriegsvorbereitungen zu treffen wenige stunden nach ausrufung der general mobilmachung wurden die in frankreich lebenden deutschen aufgefordert das land zu verlassen karl war einer von ihnen frankreich 1 august 1914 kling kling ein paar tage später angst vom krieg finde ich aber völlig berechtigt völlig berechtigt den hätte ich nämlich auch wenige tage nach karls abschiebung forderte der krieg einen weiteren tribut und trennte marie von ihrem vater schweren herzens verließ emil seinen hof um sich in sermiel zu den waffen zu melden sowie millionen anderer hatte er nicht die geringste ahnung welches schicksal ihn erwartete der spiel dieses spiel auch mit gamepad auf pc und man muss so sagen das spiel basiert auf der engine von der raven legends und raven origins und ich muss auch schon sagen bei dem spiel musste ich ruhig dass es erst mal kurz gesehen habe schon in ersten 34 minuten schon recht finde ich schlucken weil es halt doch ein sehr sehr ernstes thema ist und ich dachte es doch sehr interessiert und gehen wir hier rein umgezogen ausgezogen und hier gibt es einen hinweis genau hier gibt es kriegserklärung gibt es diverses zeug zum lesen ich kann ja euch das mal kurz hier offen halten alles vorlesen werde ich nicht weil das dauert einfach zu lange und ich vielleicht auch nicht gerade der beste leser bin auf jeden Fall ist hier noch mal kurz so zeitungsabschnitte die kriegserklärung wie es dazu gekommen ist drum stärkeren herresaufbau im kaiserreich bla bla alles hundertprozentig sehr interessant könnt euch mal sehr gerne durchlesen hier könnt ihr einfach mal auf pause drücken und durchlesen hier auch noch mal das august erlebnis und dann haben wir hier noch die erfolge ist erst der ersten kriegswoche und ich schließe das wieder aber es geht wieder weiter ok wir ziehen das jetzt um für den krieg und umgezogen sind wir weiter geht's ich glaube rennen können wir hier nicht ok so hast du gesagt die interaktion aber aber es wird sind die nächste tutorial auf jeden fall kommen naja ja ja ok ok das ist ich ich will auch ich auch ich auch ich auch aufs Maul. Oh. Ah. Sehr gut. Ein klein ist zu toll wie wir denn hier die Granaten werfen und hier klettern. Ich erinnere mich ein bisschen an Limbo, aber ich finde das halt sehr sehr cool. Oh. Ich muss wohl die französische Pfanne nach oben drehen. Ich denke aber bestimmt so. Hä? Aha. Ah. Ah. Sehr gut gemacht bis jetzt das Spiel. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs, auf den Mann an dessen Seite er bald kämpfen würde. Oh. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden soll. Ah. Das sieht so aus, als würden sie hier den schwarzen Bill werfen oder wie's. Oder? Ah. 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 Okay. Oh. Ich hab' eine Flasche geklaut. Gehen wir jetzt hier durch? Nein. Verdammt. Ah, können wir sie nochmal mitnehmen? Was ist das hier? Achso. Aha. Ja. Kein Wein. Dann nimm die mal. Oh, okay. Hm. Okay. Aber jetzt konnte mir den anderen eigentlich nicht helfen. Da ist eine Leiter. Halt, was ist das hier hinten? Brief eines französischen Soldaten. Liebe Eltern, ich bin bereit für den Einsatz an der Front. Wir werden das Elsass und Lothringen von den Deutschen zurückerobern. Macht euch keine Sorge. Bis Weihnachten bin ich wieder zu Hause. Liebe Marcel Herr. Haben viele gedacht. Auch deutsche Soldaten. Oh. Der scheint richtig zu sein. Cool. Coole Mucke. Oh, der. Das sind die anderen Kollegen unterweg. Und wir können wieder hier runter. Sehr cool. Hey, neuer Kollege. Oh, amerikaner. Haben wir gerne getan. 21. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Baron von Dorf. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Oh, wir müssen vor. Bis zur Linie. Kann man da eigentlich auch hier rennen? Nein. Das Spiel sieht so schön aus. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh. Lauf, lauf. Anhalten. Weiter laufen. Ey, ist keine Sau mehr da. Die muss ich anhalten. Oh Gott. Sehr gut. Ey, hier liegt alles voll. Oh Gott, oh Gott. Alles voller Leichen. Oh. Oh Gott, es fehlt. Oh Gott, oh Gott. Oh, nein. Oh, nein. Mademoiselle Marie Chayon. Soldat Emile Chayon aus dem 150. Infanterie-Regiment wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Seht's? Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte, jene zu strafen, die sein Leben zerstört haben. Oh. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befähigt wurde. Ich muss die Brücke sprengen. Ah. Hä? Hä? Habe ich doch. Ah. Ah, okay. Man muss mehrmals A drücken. Wir müssen die Brücke sprengen. Mach's kaputt, Junge. Neues im Tagbuch freigeschalten. Amerikaner und französischen Armee, okay. Was haben wir denn hier? Ich würde davon eigentlich nicht mehr mitnehmen. Nee. Wo ist das hier? Ach, da unten soll ich sie hinlegen, okay. Stell uns mal hier hin. Der wirft schon wie ein Baseballspieler. Ah, da liegt sie doch gut. Hä? Kann man die auch ablegen? Das ist die auch mit explodiert. Ich weiß, sie ist da hoch. Warum nicht gleich so? So. Mit diesen Worten sage ich hier erstmal Tschüss. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Tschüss.